Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich zeige hier wie man YouTube Abos unter Android am einfachsten verwalten und auch löschen kann. Dazu starte ich YouTube, gehe unten in der Menüauswahl auf Abos, oben rechts auf alle, dort auf verwalten. Ich sehe nun alle Abos die ich habe. Ich kann nun einzelne Abos, indem ich von rechts nach links ziehe, beenden. Ich kann diesen Schritt sofort wieder zurücknehmen. Ich lösche nochmal. Abo beenden. Auch unten wird mir nochmal die Möglichkeit gegeben mit rückgängig diesen Schritt zurückzunehmen. Ich kann gleichzeitig mehrere Abos anwählen und nun einzelne davon beenden und mir jeweils überlegen, ob ich den Schritt nicht zurücknehmen möchte. Erst wenn ich aus dem Menüpunkt raus gehe und wieder alle Abos wähle, sehe ich welche Abos ich nun wirklich noch besitze. Ich gehe wieder auf verwalten und kann nun bei einzelnen Abos, wenn ich auf die Glocke klicke. Bestimmen, ob nun alle Nachrichten dieses Abo-Kanals bei mir ankommen sollen oder keine Nachrichten oder ob ich das Ganze personalisieren möchte. Fertig. Startmenü. Ich verlasse YouTube wieder. Ja, ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über ein Abo freuen, dass Sie schlussendlich dann nicht wieder bei mir beenden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.